Was war denn die beste Schule, die ich jemals besucht habe? Es waren echt viele und auch echt viele Durchsagen. Meistens habt ihr immer schon alle vor Ort auf mich gewartet. Aber was war denn jetzt die beste Schule, die ich besucht habe? In den Korb habe ich getroffen. Also manchmal. An dieser Schule habe ich ein Gruppenbild mit jeder Klasse gemacht. Oh je, ich kann mich noch an diese Durchsage von mir erinnern. Danach habe ich einfach mal festgesteckt, wir sind gar nicht mehr weggekommen. Egal, es war irgendwie lustig. Wenn es mal nicht so eskaliert ist und wir es in die Halle geschafft haben, weiß ich noch, wie wir coole Reaktionsspiele gespielt haben und ihr mir meine Tricks bestmöglich nachgemacht habt. Ich glaube, das Mädchen macht immer noch Liegestütze. Eine ganz besondere Schule war auch noch diese hier. Da habt ihr mir einfach zu meinem Workshop Essen und Trinken gebracht. Das war echt Hammer, was ein Service. Oh mein Gott, das muss ich euch noch erzählen. Bei diesem Schulauftritt von mir bin ich fast so hingeklatscht und habe den Yannick Priest dabei unterschrieben und der Schule geschenkt. Die haben sich gefreut. Und ich sage euch ehrlich, jeder Schulbesuch für mich ist einmalig. Die Frage ist, welche soll ich noch besuchen? Deswegen schreibt den Namen in die Kommentare.